Zu Amtchen hatte ich eine kleine Sinnkrise, weil es einmal einen Zeitpunkt gab, an dem ich mich gefragt habe, ob das wirklich nur Spaß ist oder mittlerweile richtig Arbeit. Dann habe ich allerdings eine Privatnachricht bekommen, die alles verändert hat. Und zwar hat mir in dieser ein junges Mädchen dafür gedankt, dass ich ihr durch meine Videos das Leben gerettet habe. Sie sprach davon, dass sie kurz davor stand, sich das Leben zu nehmen, aber dass meine Videos sie so zum Lachen gebracht hätten, dass sie sich unmenschigen hat. Das hat mich so sehr berührt, dass dies ab sofort meine Motivation geworden ist. Ich will durch meine Videos Menschen zum Lachen bringen, ihnen ermöglichen, etwas Zuflucht vor der harten und grausamen Realität zu nehmen. Und eventuell sogar ein wenig glücklicher zu werden. Bis heute lese ich jede Privatnachricht und jeden Kommentar, den ich bekomme. Und jedes Mal, wenn ich solche oder ähnliche Nachrichten bekomme, geht mir ein wenig mehr das Herz auf. Auch bei Fantreffen oder Random-Fanbegegnungen auf der Straße freue ich mich jedes Mal sehr. Nicht, weil ich es so geil finde, erkannt zu werden, sondern weil ich bemerke, wie sehr sich die Fans darüber freuen, mich zu treffen und wie glücklich ich sie durch etwas so Simples wie eine Unterschrift oder ein Foto machen kann. Kurz gesagt ist meine Motivation also das Glücklichmachen von anderen, denn ich habe festgestellt, dass dies mich ebenfalls glücklich macht, ist gleich die ich hoffe, ich konnte mir durch diese Nachricht etwas behilflich sein. Liebe Grüße, Lord Abaddon. Nichts Snack!